Karl, du musst herkommen. So, aus dem Inventar, nehmen wir mal. So, dann, achso, ne, warte, doch, 3 Cent kriegen wir dafür, okay, äh, nein, das nicht, das hier, und das hier, wenn wir ein bisschen Geld verdienen, so, hier, nehmen wir mal das Schrott verkaufen, warum werden wir so, so später nochmal, hier, das brauchen wir auch nicht, erstmal. Achso, 24 Dollar verdienen wir jetzt, wir werden der reichste Penner in ganz Boomstown sein. Okay, das brauchen wir ja wirklich erstmal noch nicht, wir machen ja erstmal nur die Story. 38 Dollar kriegen wir. So. Was ist das? Recyclebare Materialien? Ja, brauchen wir erstmal nicht. Erstmal holen wir uns so viel Geld wie möglich. So, und 42 Dollar, boah, 60 Dollar haben wir jetzt. So, dann schauen wir mal auf ein Map, irgendwo müssten wir doch, hier haben wir noch eine Quest, und hier vorne gleich. Wir gehen mal hier hin. So, was hat er für uns von den Quest? Ich bin sehr bored, mein Boy. W-w-w? Ich war einfach in meinem Mansion, hoping für etwas gut zu kommen auf dem Telly. Suddenly, eine Idee struck mich. Warum würde ich gerne mal sehen? Wenn ich gehe raus und paye jemanden für eine Live-Performanz stattfindet? Since ich immer die fantastische Ideen habe, ich war für ein Stroll in einem Jiffy. Und jetzt habe ich dich, mein Boy. Ja, das glaube ich auch. So, zehn Leute. So, den ersten, den ersten Humpa, wo sind die anderen? Da. So, da ist der nächste. Da ist wieder einer. Ja, paar mehr sogar. Was, was wir nicht alles begelt machen, höh. Äh, dann, dann die Polizei. Da gehen wir mal lieber nicht hin. So, außer aus leer. Ja. Komm schon. Komm. Ja, okay. Dann nicht. Die sind aber noch. Oh. Zählen die mit? Und hier was Neues zum Lernen. Und Stufe 6 erreicht. Nice. Wir sind Stufe 6. Obdauerloser. So, was können wir noch verbessern? Ich würde sagen, vielleicht hier. Ja. Das kaufen wir. Was haben wir hier. Schönes. Ah, nice. Leckere Bier, ne? 85 Dollar und 67 Cent. So. Hier ist das nächste C. Nächste Hauptquest. Gehen wir mal da hin. Achso. Ist da. Hinter. Hier. Da ist Buxi. Du kennst den Drill. Bleib deine Distanz. Schau weg. Ja, ja. Wir haben deine Message. Was ist passiert? Habt ihr gesehen, dass die Straße voll von Bugs sind? Aber die Creepen sind nicht mehr zu sehen? Ja? Und? Wir sind einfach besser zu schlafen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Die Bugs haben einen koordinierten Attack gegen alle Creep-Member. Sie forcieren sie, sie zu Bumville zu verlassen. Was? Diese schlafen Schlafen... Wenn du keine Creeps auf deiner Seite hältst, dann gehst du sie sicher. Jetzt. Komm mal, Freundin. Lass uns diese Idee aus diesen schlafen Bugs-Händen schlafen. Respekt unter Creeps. Okay, was heißt das? Findet den schikanierten Creep. Da hinten. Komm, dann fahren wir mal los. Was? Ah, ist... Sogar hier direkt. Hier sind sie! Go get em, Tiger! Ja, komm her! Das ging aber schnell. Okay. Oh, okay. Okay. Also wir können dessen Neste übernehmen, oder wie? Okay. Wo finden wir die? Was ist denn das hier? Äh... Bugs überfallen bevorstehen. Bugs drohen deine Basis zu überfallen, wenn du das Schutzgeld nicht bezahlst. Was willst du dagegen tun? Zahl das Schutzgeld 5$. Bitte Creeps sich darum zu kümmern. Preis einen Respekt. Beschütze deine Basis allein. Tab... Ja, wir beschützen alleine. So. Fine, I'll do it myself. Geil. Geil, so heiß ich bist. Nice. So, bereite die Verteidigung deiner Basis vor. Wir müssen einfach da hinkommen. Das ist jetzt erstmal noch ein weiter Weg. Ne, doch nicht. Ist schon gleich hier. So. Wo... Wo... Wo sind die Jungs? Wo sind die jetzt? Wo kommen die her? Dann verteidigen wir mal unsere Basis. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da sind sie schon. Komm, den großen zuerst. So. Ey. Bugs vernichtet. Nice. So. Schlafen können wir. Aber die... Ist noch alles heil. Okay. Wir haben da auch noch neue Questen. J. Gucken wir uns das mal an. Was das für ein... Für eine Quest ist. Ah, das ist der Clown. Jerry oder wie... Wie hieß der jetzt nochmal? Jerry... Jello. Some asshole sells you's tires. Use tires that weren't but from me first. Bad idea. When you buy from Mr. Jello, you know what to expect. They're stuff unknown quality. It's a disaster waiting to happen. What if one of those tires blows at the worst possible moment? The health of Bombsville citizens is at risk. We're gonna make sure nothing like that happens. Take this box and place it next to the biggest pile of tires you can find. Then simply step away and watch as automatic quality testing commences. Ready? Time to burn some rubber! Eh... Just stick the explosives to me. Don't problem at all. Hehehehe. Mit dem... Sprengstoff hier. So. Oh. Er schon wieder. And you will be handsomely reward. Also. Why do I have to be the one carrying the package? Yeah. Weil du der Einkaufswagen bist. Deswegen. Musst du da tragen. I know you need free hands to push me around. But still. Doesn't seem right. Ja. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter hier. Dahin zu kommen. You can hold the box while I push you around. You wouldn't like that, huh? Then you can guess how I feel right now. Nein. Halbe Minute noch. Ähm. And now I feel even worse. Ja, jetzt wird das richtig knapp. Obwohl da ist es schon. Ich will forgive you for strapping me with explosives if you just drop off the fucking gift already. Jo, wir haben wir geschafft. That's it. I'm making you carry the package next time. Möööö? Okay, we can discuss it some other time. Let's focus on making our getaway. Jo, wieder vier Sterne, natürlich. Aber komm, wir machen die hier auch noch kaputt. So. Den retten wir auch noch. Achso, da... Ah! Nein! Ah, ich dachte schon. Schnell! Schnell! Nein! Eingepennt. Acht Dollar hat das hier gekostet. Toll. Aber egal. Wir wollten wenigstens den Creep hier retten. Dann retten wir hier vorne auch immer den Creep. Müsste hier jetzt sein. Ach, ne, dahinter. Da. Jo, wie können wir da jetzt hin? Komm, jetzt steck ich hier fest. Muss ich auch andersrum hier, ne? Hier wahrscheinlich lang. Ah, hier geht's hoch. Okay, aber auch nicht wirklich weit wo. Ah, die kommen eh zu mir. Okay, den haben wir erledigt. Und... Der noch. Nice. Nice. retten wir all die Penner. Drei haben wir schon gerettet. Ja, und hier ist unsere Basis wieder. So. Was konnten wir hier nochmal alles bauen? Recycling Tonne haben wir. Aluminium Schmelzofen. Haben wir dafür nix. So, dann haben wir... Hier unten noch die eine Quest. Ach, hier ist ne Feder. Und wir haben wieder Talentpunkte. Was... Was bräuchten wir jetzt wohl wahrscheinlich? Eher... Komm, wegen den Polizisten machen wir mal das. Die Gummihaut. Nicht, dass wir dann jetzt aber overpowered sind. So. Ach, das ist dieselbe Quest von gerade, die wir verkackt haben. Ja, kennen wir schon. Kann ich das überspringen? Ne, kann ich nicht überspringen. Bad idea. When you buy from Mr. Jello, you know what to expect. Their stuff, unknown quality. It's a disaster waiting to happen. What is? One of those tires blows at the worst possible moment. The health of Bumsville citizens is at risk. We can make sure nothing like that happens. Take this box and place it next to the biggest pilot tires you can find. Then, simply step away and watch as automatic quality testing commences. Ready? Time to burn some rubber! Ja, das kennen wir schon. So, dann... Dann schauen wir mal, ob wir nicht einen schnelleren Weg finden dahin. Das ist wahrscheinlich... Oh, nicht ins Wasser. Ja, nehmen wir erstmal den Weg hier. Wiesenweg. Was ist denn das? Wollen wir vielleicht später noch einmal. Jetzt haben wir nicht die Zeit. Das ist derjenige, der das Paket tragen. Na komm, ich will hier hoch. Ich weiß, dass du freie Hände brauchst, um mich umdrehen. Aber trotzdem... Das klingt nicht richtig. Ja, zu den wollen wir jetzt nicht. Wir wollen hier rum. Vielleicht nächste Mal, du kannst die Box halten, während ich dich umdrehen. Ja, dann besprechen wir. Ah, hier ist auch noch was Neues zum Lernen. So, dann haben wir jetzt hoffentlich die Quest erledigt. Wenn wir das jetzt noch schaffen, hier zu fliehen. Ja, ja, das kennen wir. Ja. Und jetzt die Flucht. Ich glaube, hier können wir... Ah, nice. Geschafft. Und wieder. Kubenaufstieg. Dann machen wir erstmal das hier. Pulsat soll. Jeder Schlag kann einen Feind potenziell umwerfen. Bliziert eingehenden Schaden, wenn dieser geblockt wird. Ja, wir fokussieren uns erstmal auf den Kampf. Na, Guano und Birns... äh... Ja. Komm, wir wollen mal hier hin. Ah, nein. Oh. So. Dann verprügeln wir die. Wo ist denn der andere? Da. Okay, dann sind wir hier jetzt fertig. Jetzt brauchen wir aber was zu essen. Best laid plans. Ne, wir brauchen was zu essen. Wo haben wir Mülleimer? Mülltonnen und sowas. So, irgendwo... Hier. Hier ist nichts. Ne, bisher auch noch nichts. Ich hab Hunger. Ah, hier ist ein Wachsgebiet. Du hast auch was zu essen, ne? Ja, hier... So, jetzt müssen wir aber... ...so was zu essen finden. Ah, das ist ein riesen Areal. Wird das dann mal eine neue Basis? Wenn ich das hier... ...beobere? So. Wo ist denn der... Hier war doch noch einer. Da. Zweite Welle. Ah, der Große kommt jetzt. So. Ah, der... Der... Und... Und jetzt die letzte Welle. So. Ich hoff... Ich hoff hier ist kein Bombenwerfer. Äh... Was ist das denn? Alter, was? Nein! Okay, dat haben wir nicht geschafft. Okay, aber... Cool, wir haben eine neue Base gefunden. Wo waren die? Da unten. Die wollen wir wieder übernehmen. Ah, warte, aber... Wir brauchen... Wir brauchen Essen. Ja, kannst du behalten. Aber ist da noch was drin? Ne. So, irgendwas haben wir hier. Nice. Da haben wir noch einen Mülleimer. Da haben wir noch einen Mülleimer. Ich hoffe, da ist was... Was zu essen oder zu trinken. Ah, geil. Brot. Das nehmen wir auch noch mit. Das lassen wir mal. Da ist noch ein Mülleimer. Das brauchen wir nicht. Und hier noch mehr. Apfelsamen und Guano. Den lassen wir mal... Den lassen wir mal... Da in Ruhe. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Hier. Ne, das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen was zu essen. So, da vorne ist wieder ein Mülleimer. Was denn hier? Hier können wir nicht rein. Oh, hier gibt es wieder Müll. Ne, da brauchen wir nicht. Ja, nice. Ne. Und hier gibt es Brot. Und... Zucchini, nice. Wir müssen aber unsere Gesundheit mal ein bisschen wieder auf Vordermann bringen. Ne, das brauchen wir nicht. Weg damit. Und was haben wir hier? Das brauchen wir noch nicht. Basenbau machen wir später richtig weiter. So... Da unten war das, über die Brücke. Was? Ne, hier kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir hoch. Und dann versuchen wir mal... ...die neue Basis da zu übernehmen. Oder warte mal. Ja, wir brauchen ein bisschen Geld. Und vielleicht... ...machen wir mal ein Furikan. Nein. Okay, dann erstmal boxen. Aua! So. Wo ist die zweite Welle? Wo ist die zweite Welle? Warte mal. Äh, warte mal. Ähm. Nein, warte, nein. Das wollt ihr nicht. Aua. So. Alter, was ist das denn für ein Riese? Alter. Ähm. Wie lange bleibt der eben so riesig? So, und... Neue Basis beobachten. Nice. Okay, jetzt haben wir eine neue Basis. Yo, ist sogar ein Riesenbereich. Kann das Auto jetzt roten? So, was können wir hier machen? So. Ne, hier nicht. So. Dekoration. Wo können wir hier ein Bett bauen nochmal? Wo war denn das? Hier glaube ich nicht. Bauwerke? Ne. Verteidigung, Garten, Kochen. Hier war ein bequemes Bett. Ah, dafür brauchen wir jetzt Materialien. Die haben wir noch nicht. Und jetzt brauchen wir aber erstmal wieder was zu essen. Da haben wir einen Mülleimer. So. Ah, jetzt Creepsdorf steht hier. Nice. Das ist mein Bereich. Fertig ist gut geändert. Immerhin. Steht da jetzt auch Creeps? Oder immer noch Bugs? Ah, jetzt. Genau. Jetzt steht hier überall das. Kann ich hier einfach so runter, ohne drauf zu gehen? Ja. Kann ich. Nice. Funktioniert auch. Und jetzt ein Bahnhof hier. Hier gibt es bestimmt jede Menge Essen. Wir müssen Gesundheit wieder aufladen. Äh. Ah. So. Autsch. Komm. Wo ist er hin? So. Den haben wir gerettet. Nice. Everybody knows my name. 4 von 10. Jetzt brauchen wir aber ganz dringend was zu essen. Und trinken. Ja. 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 Outta hier! Oh yeah! You're going down, Crate! You shouldn't have messed with the bugs! Zazzle! Ha 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 ha! Zazzle! Zazzle! Lalalala! Zazzle, DZxN Untertitelung des ZDF für funk, 2017